Der Titel war iPhone-Bilder genauso wie mit einer Kamera. Hört sich jetzt vielleicht so gut an, um wahr zu sein, aber das ist es nicht. Das und noch ein bisschen mehr in diesem Video. Ich möchte es mal erklären. Ein iPhone und eine Kamera unterscheiden sich, was die Kamera angeht, eigentlich kaum. In beiden Produkten steckt ein Sensor drin, der die ganzen Aufnahmen macht. In einer Kamera halt ein größerer Sensor, jetzt in diesem Fall Vollformat, APC, Micro Four Thirds, diese ganzen Sensoren, die es halt gibt. Und in dem iPhone halt einfach nur ein etwas kleinerer, der halt auch hier reinpasst. Und das sagt es auch eigentlich schon, man kann mit diesem Sensor genau das gleiche machen, wie halt auch mit einem größeren Sensor. Der Unterschied ist halt hier nur, was halt der kleinere Sensor bewirkt. Zum Beispiel jetzt hier, da der Sensor so klein ist, kann er weniger Licht einfangen. Das heißt übersetzt, wenn man jetzt in dunklen Umgebungen fotografieren will und die ISO dann hochgeht, dann rauscht das iPhone halt hier ein bisschen mehr als zum Beispiel eine Vollformat-Kamera. Und jetzt hier auch nicht nur ein bisschen, sondern halt schon sehr, sehr viel. Jetzt mal hier als Visualisierung. Meine Kamera, die geht bis ISO 54200. Bis da kann man noch sagen, bis 6400 sehen die Bilder sogar noch ganz gut aus. Man sieht also, das Rauschen ist noch vollkommen ertragbar. Bei dem Handy beginnt das Ganze, werde ich jetzt hier mal hier einwenden. Da beginnt es halt schon sehr, sehr viel früher. Was die restliche Fotografie angeht, kann man aber sagen, das ist genau das Gleiche. Jetzt muss man halt nur wissen, wie man das Ganze aktiviert. Denn Apple und die ganzen anderen Smartphone-Hersteller haben nämlich eine Sache eingebaut, die für den normalen Nutzer perfekt ist. Einen automatischen Kameramodus. Das heißt, du musst gar nichts machen, einfach nur auf den Knopf drücken und das Foto ist gemacht. Und es sieht auch eigentlich schon direkt aus der Kamera gut aus. Ja, das bin ich auch der Meinung. In den meisten Fällen sieht das sogar ganz gut aus. Aber eigentlich immer hat es auch diesen Smartphone-Look drauf. Er sieht halt ein bisschen überschärft aus. Und gefällt mir halt auch nicht ganz so sehr. Da weiß ich aber, es stimmt nicht immer. Und für das Ganze gibt es halt aber auch eine Lösung. Nämlich den RAW-Modus. Genauso wie in einer Kamera. Denn die Fotos aus einer Kamera, JPEGs, sehen nämlich auch nicht perfekt aus. Man muss sie auch erstmal bearbeiten, wie man sie haben will. So, und jetzt könnt ihr dann auch schon mal direkt dann entscheiden, wollt ihr das Video jetzt weitergucken oder nicht. Denn diese Methode, die ich jetzt vorstelle, ist nur für diejenigen etwas, die noch nachher am PC sitzen wollen und ihre Bilder noch bearbeiten wollen. Für alle anderen sollten lieber weiter ein JPEG fotografieren. Aber für diejenigen, wie gesagt, die noch etwas aus ihren Bildern rausholen wollen, bleiben jetzt lieber dran. Also man geht hier auf die Einstellungen, dann auf Kamera und kann dann jetzt hier bei Formate auch hier Apple Pro RAW auswählen. Dann wird das Ganze auch hier in der Kamera-App angezeigt. Man kann das dann hier oben aktivieren und deaktivieren. Und so kann man das Ganze erstmal dann aktivieren. Das ist jetzt auch eigentlich schon der ganze Schritt bei Apple. Denn mehr kann man hier auch nicht machen. Man kann hier nur den RAW-Modus aktivieren. Deswegen mag ich auch aktuell noch sehr gerne Android-Smartphones. Denn da gibt es nicht nur einen RAW-Modus, der immer noch automatisch ist, sondern einen insgesamten manuellen Modus. Da kann man dann die Belichtungszeit, alles weitere einstellen, was man haben will. Denn hier bei Apple gibt es nämlich den Nachteil, Wenn ich jetzt zum Beispiel schnellere Aktionen fotografieren möchte, wie zum Beispiel meine Katze im Porträt-Modus auch, dann sieht das Ganze einfach nur schlimm aus, denn der kommt auf mich zugerannt. Und er ist verwischt, nicht im Fokus. Und es sieht einfach übelst kacke aus. Das würde ich gerne noch bei Apple steuern. Das gibt es nur bei Android. Und da kann man es schon mehr machen. Aber wenn man normale Szenen aufnimmt, dann reicht es auch beim iPhone, einfach dann das automatische RAW zu nehmen. Wenn ihr euch jetzt eure RAW-Fotos auf dem Handy mal genauer anguckt, dann werdet ihr sehen, uff, das ist aber ein gewaltiger Speicher, den ich jetzt hier auf dem Handy habe. Das stimmt, nämlich das RAW-Format verbraucht nämlich nochmal einen größten Teil mehr Speicher als das JPEG-Format. Deswegen auch hier bitte, wenn ihr dann die Bilder gemacht habt, sendet die dann per AirDrop an euren PC weiter, bearbeitet die, dann löscht ihr dann eure RAW-Bilder vom iPhone und sendet dann wieder die bearbeiteten JPEGs oder was auch immer ihr da exportiert, dann wieder zurück auf euer iPhone. Dann habt ihr eine kleinere Datei. Und das ist es auch eigentlich schon, was ihr alles auf dem Handy einstellen müsst, um gute Bilder zu hinzubekommen. Jetzt gehen wir an den PC und ich zeige euch nochmal meinen Workflow, wie ich das dort mache. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Einmal jeweils ein RAW und einmal das Standardbild, was Apple sonst automatisch so ausgibt. Hier jetzt, wie gesagt, das normale und hier das RAW. Jetzt wollen wir versuchen, das RAW mal zu colorgraden, denn momentan sieht das Ganze ja noch so lala aus, wie Apple-Bilder halt nun mal. Dafür gibt es jetzt hier so einen Slider, der nennt sich Apple Pro RAW. Wenn man den jetzt runterzieht, dann sieht man, wie wirklich das RAW aussieht. Und das sieht man hier auch wie ein ganz normaler Kamerasensor. Hier ist erstmal der Himmel viel zu hell. Die Schatten gehen wirklich runter, halt wie bei einer normalen Kamera. Und nicht halt eben wie bei den Apple-Sensoren, wo das hier alles schon mit HDR und alles versorgt ist. Das Ganze wollen wir jetzt selber manuell machen, denn das sieht natürlich immer besser aus. Wir drehen also hier erstmal an dem Lichterschalter rum und wollen natürlich auch, dass die Highlights nicht ausbrennen. Und ich würde sagen, hier können wir das auch wieder ganz runterziehen. Jetzt bemerkt man hier sogar, Apple hat richtig viel Dynamic Range. Für so einen kleinen Sender ist das doch beeindruckend. Ja, das ist deswegen, weil Apple halt nicht nur ein normales Bild macht, sondern halt ganz viele Bilder hintereinander und dann halt sozusagen in den ganz verschiedenen Lichtstufen und halt somit sehr, sehr viel Dynamic Range einfangen kann. Jetzt sehen wir hier, ist noch das Schwarze ganz schön dunkel. Und das wollen wir auch noch heraufhellen. Das heißt, Tiefen natürlich auch nochmal hochziehen, bis dahin, wo es noch einigermaßen gut aussieht. Und jetzt können wir noch die schwarzen ein bisschen runterziehen, halt jetzt wie halt jetzt bei einer ganz normalen Kamera halt bearbeiten. Hier ein bisschen noch heller machen, ein bisschen Kontrast halt hinzufügen. Vielleicht noch ein bisschen die Klarheit hoch, aber auch nicht zu viel, denn das soll ja nicht wieder zu scharf aussehen. Dunst entfernen können wir so auf 5 lassen. Und jetzt natürlich auch noch die Dynamik, also ein bisschen die Sättigung rein tun, damit das Ganze noch ein bisschen knackiger aussieht. Ich würde sagen, das lassen wir auf 10 und würde sagen, hier nochmal so. Wir sehen jetzt auch hier, der weiß abgleich, der ist jetzt hier sogar schon ganz gut. Wir können jetzt auch nochmal ein bisschen weiter ausprobieren, ob das hier noch besser aussehen kann. Jupp, ein kleines bisschen Konten wir noch rausholen. Ein bisschen wärmer und eins mehr in das Magenta rein. Und so finde ich, sieht das Ganze nochmal einen ganz kleinen Ticken besser aus. Muss ja nicht immer, müssen ja nicht immer große Veränderungen sein. Wenn wir jetzt hier runtergehen zu der Ebene Schärfe, dann sehen wir, dass Apple schon jetzt schon standardmäßig 50 Schärfe eingestellt hat. Der Unterschied zu einer Kamera ist jetzt, bei der Kamera liegt das Ganze, glaube ich, bei 30. Ich finde, dass bei 50 sieht es sogar schon ganz gut aus. Man hat nicht zu viel Schärfe. Können wir noch hier die abchromatischen Operationen entfernen und die Profilkorrekturen halt für das iPhone. Ist hier auch direkt schon eingespeichert. Und jetzt können wir das hier nochmal ein bisschen mehr kontrastreicher machen, denn ich will, das sieht noch ein bisschen kontrastlos aus. Man soll ja normalerweise nicht den Kontrast leider ziehen. Den mache ich jetzt immer auch einmal. Und wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zu dem bisherigen JPEG angucken, was Apple automatisch ausgibt, sehen, wie das Ganze sieht halt Apple typisch schon ein bisschen komisch aus. Und halt hier das Links halt schon wie eine richtige Kamera, halt wie es halt auch in echt ist. In diesem Fall würde ich sogar sagen, das sah schon, sogar schon das Ausgegebene sogar schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier sehen, wir haben hier noch ein bisschen cooleren Weißabgleich. Gefällt mir sogar, würde ich jetzt hier sogar auch noch machen. Aber das Gute ist ja, wir können das hier machen, denn es ist ja ein Rohr. Wir können den Weißabgleich einfach so anpassen, wie wir es wollen. Und dann geht das Ganze. Belichtung sogar auch noch ein bisschen runter, denn ich mag so diesen düsteren Vibe. Und so können wir das Ganze dann noch anpassen, so wie wir es haben wollen. Das Ganze war jetzt bei der Einmal-Zoom-Kamera, bei der besten Kamera, die Apple so in einem Smartphone verbaut hat. Ja, wie sieht das dann aber aus bei einer Ultraweitwinkelkamera oder bei einer Zoom-Kamera? Denn die ist ja eben nicht so gut wie jetzt die Hauptkamera. Das schauen wir uns jetzt an bei diesem Blumenfoto hier. Hier wieder das schon bearbeitete JPEG von Apple und links das RAW-Bild, was natürlich noch nicht so kontrastreich ist und alles weitere, was wir natürlich aber auch jetzt einfach anpassen können. Dafür nehmen wir natürlich hier wieder den Apple Pro RAW, den Regler wieder nach ganz unten, damit wir es alles selber einschalten können. Und wir sehen direkt, die Lichter sehen viel, viel natürlicher aus. Die Schatten sind nicht so ganz komisch aufgehellt und wir können jetzt hier von hier einfach weiter dann rumspielen. Und jetzt können wir das Ganze nochmal mit dem normalen iPhone-Bild vergleichen. Jetzt sieht man es noch deutlicher. Es ist halt ein iPhone-Bild. Alles wird aufgehellt hier. Ist halt jetzt kein schönes Bild. Also ein schönes Bild ist es. Aber jetzt halt man erkennt wirklich, dass es ein iPhone-Bild ist. Und hier könnte man schon meinen, boah, das könnte mit einer Kamera geschossen worden sein. Finde ich schon wirklich gut. Wenn man hier reinzoomt, sieht man auch wirklich hier, hier ist keine übermäßige Schärfung drin. Und ein Beispiel möchte ich hier noch einmal angehen, nämlich mit der Zoom-Kamera. Dafür habe ich hier nochmal ein kleines Schäfchen hier fotografiert, wo wir dann jetzt hier nochmal hier das JPEG haben und hier das RAW-Bild. Das machen wir jetzt nochmal. Und bitte entschuldigt mir übrigens, wenn ich jetzt hier nicht genau den gleichen Bildausschnitt gewählt habe. Ich kann das Ganze jetzt hier nochmal begradigen, damit das auch gleichmäßig hier aussieht. Damit wir hier auch eine richtige Comparison haben. Hier dann nachher mal das gleiche. Wir gehen jetzt nochmal den gleichen Prozess durch. Und ich bin fertig. Wir sehen jetzt hier nochmal, hier ist keine übermäßige Schärfe drin. Es sieht alles genau richtig aus, nicht zu scharf. Genau wie halt mit einer echten Kamera. Es sieht alles wirklich perfekt aus und man könnte hier sogar noch ein bisschen reingroppen. Wenn wir jetzt uns das JPEG ansehen, sieht man, oah. Also damit merkt man jetzt wirklich den riesigen Unterschied. Man sieht, dass der ganze Laub hier ist übermäßig nachgeschärft. Das sieht alles übelst schlimm aus. Und hier in diesem Beispiel halt auch nochmal kann man das Ganze wirklich sehr gut sehen. Wir haben hier ein natürliches Foto, was irgendwie nicht richtig halt wie ein iPhone-Bild aussieht. Man muss dazu sagen, die Hintergrundschärfe von einer Kamera, wie von einer Vollformat-Kamera mit einem 70mm 2.8, wird man mit einem iPhone halt nur mal nicht hinbekommen. Dafür könnte man jetzt hier noch einmal den Portrait-Modus ausprobieren, hier in Lightroom. Also hier die Hintergrundschärfe einmal versuchen anzuwenden. Aber das ist halt auch dann wieder künstlich und das sieht halt auch wie jetzt bei dem Apple eigenen Portraits halt schon nicht immer ganz echt aus. Jetzt haben wir das Ganze mal angewendet. Hier auf dem ersten Blick sieht es sogar schon ganz gut aus. Aber man sieht auch hier wieder, das Ganze ist halt nicht richtig erkannt. Der Baum ist halt hier auf der gleichen Schärfenebene wie das Schaf. Es ist halt am Ende wirklich nicht richtig, mit der Hintergrundschärfe einer richtigen Kamera zu vergleichen. Deswegen, man kann die Bilder so bearbeiten, dass sie gut aussehen, ungeschärft wie eine Kamera. Aber halt jetzt nicht mit der Hintergrundschärfe, das ist halt nochmal ganz wichtig zu erwähnen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Like und einen Abonnenten. Ich verabschiede mich. Ciao.